Die Prostata-Vergrößerung im Alter ist ja eine Volkskrankheit. Kann man vorbeugend irgendwas dagegen tun? Im Grunde genommen ist es eine Frage des Alters. Die reine Vergrößerung der Prostata nimmt im Laufe des Lebens zu und man kann die Vergrößerung der Prostata dahingehend auch als normalen Alterungsprozess bezeichnen. Das heißt, wenn sie nur alt genug werden, werden sie wahrscheinlich auch eine Prostata-Vergrößerung bekommen. Die Frage ist, ob sie Beschwerden haben werden und da muss man sagen, etwa die Hälfte der Männer haben auch Beschwerden durch diese Prostata-Vergrößerung. Welche Bewertung hat dabei die Prostata-Größe? Muss jede Prostata, die groß ist, auch operiert werden? Nein, es kommt bei der Prostata nicht auf die Größe an. Auch eine kleine Prostata kann sie sehr beim Wasserlassen stören. Wiederum große Prostata können harmlos sein und den Patienten nicht sonderlich beeinträchtigen. Das wird ihr Urologe beurteilen. Ab wann helfen Medikamente nicht mehr? Wo ist da der Punkt? Medikamente helfen nicht mehr, wenn der Patient nicht mehr im Stand ist, die Blase zu entleeren. Wenn zum Beispiel ein Harnverhalt auftaucht. Das ist, wenn die Blase bis zum Bersten gefüllt ist und man einen Katheter einlegen muss. Es kann sein, dass sich wiederkehrende Infekte bilden. Wieder und wieder muss Antibiotikum gegeben werden. Dann würde man den Patienten eine Operation empfehlen. Ich bedanke mich ganz herzlich. Ich bedanke mich ganz herzlich. Untertitelung des ZDF, 2020